Es ist wieder soweit einen wunderschönen Happy Montaggesüßen, Mäuse. Wir haben uns heute hier versammelt, um über Pferdchen zu sprechen, denn bei mir hat eine Tür geklingelt und mich hat ein Paket erreicht mit der neuen Catrice X My Little Pony. Und ich habe eine sehr differenzierte Meinung dazu. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, ihr habt wundervolle Tage, ein wunderschönes Wochenende gehabt und ich hoffe, ihr habt Lust auf eine kleine Runde Make-Up Talk und ein bisschen Schminken und ein kleines Get Ready With Me. Mir geht es endlich wieder besser. Ich bin mehr oder weniger fit. Wir haben Samstag, 6.30 Uhr. Let's go, Freunde. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich habe die My Little Pony LE zugeschickt bekommen von Purish. Die Lidschattenpalette, den Highlighter, den Color Changing, Stick und Nagellack. Und wir schauen mal, was wir daraus machen können. Denn ihr kennt mich. Ich bin immer so ein bisschen skeptisch, was Pastellpaletten angeht. Und deswegen schauen wir mal, ob ich aus dieser Pastellpalette ein Look schminken kann. Ich dachte mir, ich bringe ein bisschen das Frühjahr schon hier mit rein, mit einem nicht schwarzen T-Shirt. Und ich habe sogar den oberen Teil des T-Shirts extra für euch gebügelt. Grandios, oder? Ich werde groß. Meine Mama und meine Oma werden stolz auf mich. Okay, Freunde. Also, zuallererst. Ich habe eine E-Mail von Purish bekommen mit dem Rabattcode MaximxCatrice. Bekommt deine Community ab einem Bestellwert von 20 Euro an Catrice-Produkten bei uns im Shop. Die Dear Universe Palette gratis mit dazu. Sie müssen hierfür die Dear Universe Palette zusätzlich in den Warenkorb legen und den Code in der Kasse eingeben. Die Aktion ist solange gültig, bis die Palette ausverkauft ist. Das heißt also, wenn euch was aus der Kollektion jetzt hier interessiert oder generell, vielleicht auch aus meiner Purish, hat glaube ich sogar noch ein paar von meinen Produkten online, könnt ihr euch noch ein bisschen abstocken. Ab 20 Euro kriegt ihr dann noch eine gratis Palette mit dazu. Ich empfehle euch tatsache immer, wenn ihr Limited Editions hier bei mir seht von Catrice oder Essence, kauft sie bei Purish, weil ihr dort immer am schnellsten an die Produkte rankommt. Bis in der Drogerie die Paletten oder die Aufsteller aufgebaut wurden, kann das Ganze immer so ein bisschen dauern. Deswegen schaut da gerne vorbei. Ich verlinke euch alles unten. Ich bin ehrlich, ich habe bei Catrice mit vielen Brands oder vielen Co-Creations gerechnet, aber absolut nicht My Little Pony. Ich muss aber auch dazu sagen, My Little Pony war noch nie mein Cup of Tea. Also auch die Gummibärchenbande. Ich bin so genau dazwischen geboren. Also ich bin weder mit der Gummibärchenbande noch mit Paw Patrol noch mit My Little Pony groß geworden, sondern bei mir war es Biene Maya. Und was gab es noch? Das ist schon sehr lange her. Ich weiß es nicht. Also an sich, My Little Pony ist jetzt nicht das, wo ich sage, wow, oh mein Gott. Ich hatte, glaube ich, mal von McDonalds so ein Pony, so ein Filzpony, aber ich glaube, es war noch wieder was anderes. Egal! Ich habe einen Nagellack. Das ist ein schöner Ton, muss ich sagen. Der kommt in so einem, ja, in so einem Pastellblau. Was ich sagen muss, Catrice, auch Essence, generell die Drogeriemarken. Wenn sie was können, dann sind das Cohesive Collections erstellen. Also Kollektionen, die sehr, sehr gut miteinander zusammenpassen. Das Packaging passt gut zueinander. Die Aufblicke der Farben, beispielsweise wenn wir uns die Lidschattenpalette anschauen, das passt schon sehr, sehr gut alles zusammen. Jetzt habe ich euch die Lidschattenpalette auch schon gezeigt. Die fühlt sich sehr, sehr gut an, muss ich sagen. Das ist hart Plastik. Das ist kein Papier. Das ist selten bei Limited Editions. Bei Catrice fühlt sich dadurch natürlich auch super, super schwer an. Man muss dazu aber auch sagen, dass bei diesen Co-Creations, die Brands, die mit Catrice oder Essence zusammenarbeiten, da einen ganz besonderen Blick drauf haben, dass das auch alles ganz besonders gut ist. Das merkt man auch, es fühlt sich sehr, sehr gut an. Wir haben auch so ein bisschen texturiert hier diesen Aufdruck My Little Pony. Es sieht ansprechend aus, wenn man My Little Pony mag. Muss ich dazu sagen, wir haben zwölf Farben drin. Wir schminken daraus natürlich auch gleich einen Look. Und das Ganze ist wieder sehr pastellig. Wobei die Farben diesmal etwas gesättigter aussehen als sonst. Das ist mir oft aufgefallen bei diesen Pastellpaletten, dass sie immer so ein bisschen so... Nicht unbedingt bei Catrice, sondern generell Pastellpaletten sind immer so ein bisschen langweilig. Deswegen kam ich damit nie so zurecht. Hier haben wir aber ein paar Farben, die auf jeden Fall knallen. Und deswegen schauen wir mal, was wir daraus machen können. Worauf ich aber wirklich gespannt bin, ist der Highlighter. Bevor wir zu denen kommen, haben wir hier wieder einmal einen Color Changing Stick. Diesmal ist er aber ganz süß. Hier ist das Packaging, Trademark und Copyright Hasbro, licensed by Hasbro mit den kleinen My Little Ponies. Und einen recht schlichten weißen Stick. Auch hier ist die Formulierung durchsichtig. Oft sind die Color Changing Produkte ja schon von sich aus lila und werden dann pink. Wir probieren das Ganze mal erst auf dem Handrücken aus. Es riecht nach nichts und so langsam wechselt es die Farbe. Es dauert immer einen Moment. Also es dauert immer einen Moment. Wir geben es mal auf die Lippen. Das kann man übrigens auf den Lippen und auf den Wangen auftragen. Ich finde, es fühlt sich auf den Lippen sehr, sehr gut an. Aber ihr kennt meine, meine zu Color Changing Produkten. Da bin ich ehrlich mit euch. Auf den Lippen finde ich es ganz süß. Mit so ein bisschen Concealer mit drin hatte ich ja noch gerade drauf. Da passt es ganz gut auf den Wangen. Ich weiß es nicht. Also was ich damit jetzt mache, ich gehe jetzt mal mit einem Crash Cosmetics Brush mit rein und tupfe mir das hier einfach rüber für so einen Hauch. Das, was ich an diesen Color Changing Produkten persönlich sehr, sehr gerne mag, ist dieses, das Finish, was wir auf der Haut hinterlassen. Also ihr kennt ja mein Make-up mittlerweile, dass es nicht mehr so deckend ist und nicht mehr so matt, sondern eher ein bisschen erwachsener. Ich gehe auf die 30. Ich will ein bisschen, ich möchte nicht mehr aussehen wie Kylie Jenner 2016, sondern ich möchte einfach aussehen wie Maxim Giacomo 2023. Und dafür mag ich das ganz gerne. Was mir auffällt, und das ist selten, muss ich dazu sagen, ist, dass es nicht die Foundation kaputt gemacht hat. Also ich hatte ja schon Foundation drauf, hat es nicht kaputt gemacht und es hinterlässt halt so ein leicht geliges Finish. Ist eine schöne Farbe. Es ist immer dieselbe Farbe bei den Color Changing Produkten. Liegt aber einfach daran, dass es, glaube ich, auch soweit ich weiß, nur ein Inhaltsstoff gibt, der das kann. Deswegen, ja. Ich glaube, also das Ding ist, ich muss es dazu sagen, irgendjemand wird diese Color Changing Produkte kaufen. Und das wird nicht nur eine Person sein, sondern es werden sehr, 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 sehr viele Leute sein. Sonst würden diese Produkte nicht immer wieder kommen. Deswegen kann ich dazu nichts sagen. Ich persönlich nehme lieber einen bunten Blush. Ich glaube aber auch, dass diese Kollektion eher zur Abwechslung mal ein bisschen jünger getargetet ist. Also die Zielgruppe ein bisschen anders ist. Völlig in Ordnung. Es muss ja auch nicht alles immer nur für mich sein. Es ist vielleicht was für Fans und diese Limited Editions, die laufen immer sehr, sehr gut. Deswegen völlig in Ordnung. Meine Aufgabe ist es, das will ich auch ganz klar sagen, qualitativ zu reden. Nicht gefällt mir die Kollektion, gefällt sie mir nicht. Natürlich qualitativ. Funktioniert der sehr gut. Es ist ein schöner, satter Pinkton. Was man damit immer gut machen kann, ist, man kann sich das so ein bisschen auf die Haut geben, wenn man keine Foundation trägt. Das macht das immer ein bisschen frischer. Und auf den Lippen finde ich es jetzt auch recht ansprechend. Nichtsdestotrotz, ein Produkt, was mich wirklich sehr gehypt hat, als ich das gesehen habe, war dieser Highlighter. Der hat 8 Gramm mit drin und ist ein Head in the Clouds Highlighter aus der Limited Edition. Der sieht schon echt spannend aus. Erstmal Packaging sehr, 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 sehr schwer. Also es fühlt sich extrem schwer an. Es ist natürlich auch wieder so richtig Hartplastik. Und ihr habt ein wunderschönes Finish. Das ist ein ganz, ganz tolles Pressing. Gibt mir so ein bisschen Man-in-Vibes. Hat so einen leichten rosé-goldenen Touch und sieht wunderschön aus. Das muss man sagen, das ist ein wunderschönes Pressing. Ich gehe mit einem fluffigen Pinsel einmal rein, ganz leicht. Ich glaube, dass er nämlich ein bisschen gröber ist. und tupfe mir das hier einmal nur rauf und gehe hier auch so ein bisschen schon über mein Auge. Ja, das ist ein sehr, 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 sehr leuchtender Highlighter. Ich finde, auf der Haut sieht er gar nicht mehr so grob glitzerig aus. Und hinterher, das ist, das ist halt intens, ne? Das ist ein intensiver Highlighter, den man mit Sicherheit, ich swatch ihn euch, aber ich will es nicht kaputt machen, weil es so hübsch ist. Der ist sehr intensiv und ich finde ihn auch gar nicht so dunkel, ne? Also, er hat schon einen etwas dunkleren Unterton, man kann ihn aber mit Sicherheit sehr, sehr gut auf dem Augenblick benutzen. Ich wollte gerade... Wait a second, ich habe hier von Tom Ford. Ja, es kommt dem schon... Wait a second. Einmal Tom Ford. Kommt dem schon sehr, 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 sehr nah. Also, auch von der Grobheit der Pigmente her kommen sich die beiden schon sehr, sehr nah. Der Tom Ford ist ein bisschen goldener, der Catrice ist ein bisschen silbriger, aber beide sehr, sehr schön. Also, das ist ein sehr, sehr schöner Highlighter und es ist halt, das ist halt hübsch, ne? Das schaust du dir gerne an. Oh, meine Mama hat geschrieben. Erstmal ein Foto geschickt. Die kommt nämlich heute aus dem Urlaub wieder, da freue ich mich. Okay, also, Highlighter, top. Kann man ja nicht sagen, ist ein intensiver Highlighter, ist absolut kein subtiler Highlighter, aber sehr, 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 sehr schön. Jetzt wird es aufregen, Freunde, die Lidschattenpalette. In der Palette sind zwölf Farben mit drin. Wir haben ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs schimmernde und sechs matte, also ein 1 zu 1 Verhältnis. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Gut, was mich persönlich sofort angesprochen hat, ist die wahrscheinlich langweiligste Farbe in der Palette, aber das ist Snuzzle. Und Snuzzle ist so ein richtiger, erwachsener... Oh, wow. Mmh. Uh. Goldener Schimmerton. Der ist nice. Der ist... Warte mal. Warte mal. Warte mal, warte mal. Ich muss mal kurz ein bisschen swatchen hier. Die fühlen sich anders an. Erstmal hier seht ihr die drei Farben. Die sehen sehr reflektierend aus. Oh. Wow. Das ist eine andere Formulierung. Das ist nicht die klassische Catrice-Formulierung. Da ist ein bisschen mehr Öl mit drin, glaube ich. Ist vegan übrigens. Ja, ja. Wachs. Wachs ist mit drin. Synthetisches Wachs. Hm. Das wird sein. Die sind sehr, 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 sehr cremig. Also, das ist schwierig zu beschreiben. Die fühlen sich ein bisschen an wie so ein Cremelidschatten. Auch wenn ich jetzt hier so zwischen meinen Fingern reibe, ist eine ganz spannende Textur. Sehr, sehr pigmentiert. Also, ihr seht das, ne? Ich habe immer noch Pigment mit dran. Aufregend. Okay. Sekunde. Äh. Da bin ich gespannt. Damit habe ich tatsache gerade gar nicht gerechnet, weil ich gedacht habe, dass das so diese klassische Formulierung ist, die schon top ist. Aber das ist eine andere Formulierung. Also, das muss man sagen. Schade, schade, schade. Ich war jetzt sehr hyped auf Snuzzle hier, ne? Weil das einfach ein krasser Ton ist, den ich so aufs Lied. Braunen Lidschatten fertig. Braunen Lidschatten haben wir genug. Wir machen mal. Oh komm. Heute übertreiben wir mal. Ich starte zuerst mit einem fluffigen Blendepinsel und gehe direkt in die Farbe Firefly. Firefly ist ein Pink. Ich setze mir erst mal hier recht präzise in die Lidfalte und baue mir den Ton auf. Ihr seht es, ich benutze wieder einen Blendepinsel. Einfach damit ich gleich direkt diffusen kann und nicht so einen pinken Fleck auf dem Auge habe. Und baue mir dann die Farbe punktuell auf. Sie ist auf jeden Fall da. Ich bin gespannt. Schreibt mir gerne einmal in die Kommentare, wie euch die Kollektion gefällt. Seid ihr My Little Pony Fans? Mögt ihr Pastellpaletten? Ich glaube, ich muss es nochmal wiederholen, dass meine Aufgabe es nicht ist. Und das ist kein bezahltes Video. Also ihr wisst das. Ich kriege die Sachen von Pjörsch und Pjörsch freut sich, wenn ihr was bei Pjörsch kauft. Und ich habe ein Video davon. Ich muss auch nochmal dazu sagen, mir muss ja auch nicht alles persönlich gefallen. Der Lidschatten an sich gefällt mir aber gut. Ich liebe Pink. Ich liebe diese Barbie. Ich würde... Ist... Ne, Mattel. Barbie ist Mattel. Ich hätte gerne eine Barbie Kollektion. Okay, also der pinke Ton ist gut. Ich gehe jetzt hier gleich noch mit Cotton Candy und blende das hier oben rüber. Und nehme aber denselben Pinsel, dass ich einfach einen weicheren Blend habe. Pastellpaletten eignen sich, finde ich, immer ganz gut, um im Sommer oder im Frühjahr so ein paar Looks zu ergänzen. Es ist dann immer eher so ein bisschen zarter. Das ist aber auch natürlich das Ziel von Pastellpaletten. Ich nehme mir einen Packing Brush und gehe in die Farbe Blossom. Blossom sagt mir sogar was. Und die Farbe stempel ich mir direkt hier aufs Lid. Also die hat einen recht hohen Blauanteil hier mit drin, dieser Lila Ton. Und blendet sich ein bisschen weg. Also das Lila ist, glaube ich, nicht mein Freund. Es sieht schon schön aus. Es ist halt kein typischer Lidschatten. Das ist so ein bisschen... Es hat so einen leichten Neon-Vibe. Du kannst sie gut in... Also schau mal, ich bin ja nur raufgegangen. Und dadurch, dass sie so leicht sind, leicht im Sinne von einen hohen Weißanteil, würde ich sagen, also pastellig halt, muss ich die nur raufsetzen und kann sie ja dann gleich verblenden. Sie blenden sich recht schnell aus. Vielleicht sollte man da eine feuchte Base benutzen. Nichtsdestotrotz, der Blend zwischen Lila und Pink funktioniert aber. Und vorbei. Doch. Es funktioniert. Ich nehme jetzt mal meinen Finger und gehe in die Farbe Windy, diesen coolen Lila Ton. Und der ist natürlich phänomenal, ne? Also die Schimmertöne von Catrice sind genial. Auch die Matz, ne? Außer es ist halt jetzt pastell. Aber schau mal. Das ist jetzt halt... Finde ich gut. Dadurch, dass es so ein pastelliger Vibe ist. Also es ist ja jetzt nicht so gesättigt. Die Farben sind nicht so gesättigt. Sie sind zwar pink, sie sind intensiv, aber sie sind nicht so boom. So... Carnaval-Palette, ne? Die Stacey Marie-Palette. Die ist ja sehr, 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 sehr gesättigt. Die ist so ein bisschen leichter. Und ich finde dadurch vielleicht sogar ein Stückchen tratbarer. Also der Schimmerton ist genial. Gehe jetzt mit der Farbe Blossom auch gleich in meinen unteren Bimpernquanz. Auch wenn ich Lila und Pink benutzt habe, sehe ich nicht aus, als hätte ich mich geprügelt. Das ist selten. Und mit der Farbe Glory gehe ich ins Inner Corner. Das ist intensiv. Hier noch so ein bisschen als Fokuspunkt hier rauf. Ich liebe im Moment, ihr merkt das, glaube ich, diese Halo Eyes, ne? Diese sehr zentrierten Schimmerpunkte direkt auf dem beweglichen Lid. Und dann hier unter der Braue. Ganz leicht. Cute. Und ich glaube jetzt auf die Empfehlung, auf die Empfehlung, auf die Entfernung seht ihr das Ganze auch nochmal. Also ich muss sagen, dafür, dass es eine Pastellpalette war, konnte ich da mit einem süßen Look schminken. Es wird mit Sicherheit nicht für alle was sein. Allein von der Farbaufteilung her. Aber das ist bei Pastellpaletten immer entweder du liebst es oder du hast es. Das ist ein schöner Look. Den würde ich so auf eine, auf eine Sommerparty tragen. Pigmentiert waren die Farben. Ich empfehle euch eine feuchte Base ansonsten. Die Schimmertöne sind schon speziell, ne? Also das ist was Besonderes. Das ist nicht 0815 Schimmerton, sondern sehr, sehr weich. Sehr, sehr cremig fühlen die sich an und haben einen superschönen Schimmereffekt. Highlighter top. Wer auf sehr intensive, sehr leuchtenden Highlighter steht, größte Empfehlung. Ja, mit dem Blaststick. Das müsst ihr selber wissen. Dazu will ich nichts mehr sagen. Ansonsten muss ich sagen, overall, eine sehr gut zusammenpassende LE. Nicht unbedingt meine LE, aber das ist völlig in Ordnung. Ich bin super gespannt, was ihr dazu sagt. Ich verlinke euch alle Produkte unten bei Pure. Klickt euch da gerne mal durch. Denkt unbedingt an den Code und denkt daran, die Palette, die Universe-Palette dann in den Warenkorb zu packen. Ich danke euch, dass ihr heute mit dabei wart, die süßen Mäuse. Wir sehen uns am Mittwoch hier wieder. Ich küsse euch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.